In diesem Clip schauen wir uns einerseits die Möglichkeit an, wie man Operatoren kombinieren kann, andererseits illustriere ich genau das an einem weiteren Beispiel dafür, dass viele Probleme oft auf zwei Arten gelöst werden können. Und ganz nebenbei lernen wir noch einen weiteren sehr nützlichen Operator kennen, das sogenannte logische Oder. Erinnern wir uns daran, dass eckige Klammern Zeichen Klassen zusammenfassen und runde Klammern Sequenzen von Zeichen. Nehmen wir diese beiden Anfragen, die obere kennen wir ja schon, das ist die, die Improved und Improves findet, die untere hat aber statt der eckigen Klammern eine runde Klammer mit dem Inhalt S und D. Allerdings sind S und D hier durch so einen geraden Strich getrennt. Der Strich heißt übrigens Pipe und steht für das logische Oder. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass diese beiden Anfragen identisch sind und die gleichen Ergebnisse liefern, obwohl wir ja besprochen haben, dass die Eckklammern Alternativen gruppieren, die runden Klammern aber Sequenzen, dann stellt sich die Frage, weshalb liefern die Ausdrücke trotzdem das gleiche Ergebnis. Also probieren wir das erstmal aus und überprüfen meine Behauptung, ob sie wirklich das gleiche Ergebnis liefern. Auf Mac-Tastaturen finden Sie die Pipe mit der Tastenkombination ALT plus 7, auf Windows-Tastaturen ist es ALT plus die Taste mit diesen Doppelfeilen. Also machen wir das so, improve, eckige Klammer auf, S, D, eckige Klammer zu und die Enter-Taste, dann finde ich 158 Treffer und für die Anfrage mit der Klammer, die ich hier modifiziere, Klammer auf, S, pipe, D, Klammer zu, dann finde ich auch 158 Treffer. Das heißt, beide Anfragen ergeben das gleiche Ergebnis. Woran liegt das? Diese beiden Ausdrücke sind identisch, weil sie sich beide auf die gleiche Position im String beziehen, nämlich die Position nach improve. Zwar gruppiert die runde Klammer ja Sequenzen und das tut sie hier immer noch, nur es ist eben eine Sequenz, die nur aus einem Buchstaben besteht, nämlich S oder D. Lassen Sie die Pipe, also diese Oder-Bedingung weg, also würden Sie es so formulieren, dann finden Sie gar kein Ergebnis. Warum? Weil wir CQP hier gesagt haben, finde den String improve, gefolgt von S, gefolgt von D. Wir würden also im Prinzip nach improves suchen und das kommt in dem Korpus nicht vor, deshalb kriegen wir hier kein Ergebnis. Der Oder-Operator ist sehr, sehr nützlich. Kurz zur Illustration, wir werden ihn nämlich immer dort einsetzen, wo es darum geht, dass das eine oder das andere zu finden. Angenommen, wir wollen in unsere Suchanfrage mit einbeziehen, dass es orthografische Varianten gibt, also wie zum Beispiel bei Realize in einer Z- oder einer S-Schreibung, dann kann ich das auf zwei Arten machen, nämlich entweder R-E-A-L-I, Klammer auf, S, Pipe, Z, Klammer E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Treffer. Die Möglichkeiten des Oder-Operators gehen aber noch sehr viel weiter, denn angenommen, wir möchten in einer Abfrage Boy und Girl finden, deren Buchstaben ja quasi Alternativen auf allen Positionen sind und die sogar unterschiedlich lang sind, dann können wir das auf die Schnelle so verbinden. Klammer auf, Girl, Pipe, Boy, Klammer zu. Dann heißt das so viel wie, finde entweder den String Boy oder den String Girl. Das heißt, hier bezieht sich der Oder-Operator auf den gesamten Ausdruck.